Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Was ist das, etwa du willst mich braten? Gibt's mich braten? Gibt's nicht. Gibt es nicht. Radiogeräusch. Hier ist das Radio irgendwo. Da kommt man. Das kommt eindeutig von da drinnen. Kann man hier griechen? Das Geräusch kommt von da drinnen. Kann man hier griechen? Ja, Kammer. Okay. Denn ich möchte da rein. Da ist es doch auch schon. Haben wir doch gefunden. Können wir uns hier gleich mal ein bisschen umgucken? Okay. Was haben wir hier so? Haben wir hier irgendwie ein bestimmtes Versteck? Nö. Okay, die Tür können wir nicht öffnen. Griechen ging mit der SDG R-Taste. Also mit der Strong. Strong, Strong, Strong. Okay. Hier gibt es sonst nichts außer das Radio. Und so eine kleine versteckte Kammer halt, ne? Nice. Was ist Radio hier drüben? Ja, Radio. Dankeschön. Wie soll ich da jetzt ankommen? Ach, hier. So, das Radio haben wir. Wollen wir natürlich mitnehmen. Kriech, 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 kriech. Und das muss... Oh Gott, müssen wir das jetzt den ganzen Weg mitschleppen? Oh mein Gott. Okay. Was kann das werden? Oh, jetzt ist mir das Radio da reingefallen. Scheiße. Ich will noch mal sterben. Da geht das Radio nämlich nicht kaputt. Und ohne Radio... Genie. Scheiße. Scheiße. Gehen wir den hier wieder? Muss doch gehen, oder? Dass wir das Radio wieder kriegen. Oh Gott. Ich möchte das Radio wieder. Oh, scheiße. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ansonsten... Starten wir das Level nochmal neu. Denn ich möchte wirklich das Radio mitnehmen. Okay, passt auf. Wir starten das Level nochmal neu. Können wir gar nicht, oder? Doch, können wir das Spiel speichern. Da drauf. Denn ich begebe mich damit nicht zufrieden. Heute ist der... 12. 12. Da... Also ist es das hier. 12 Uhr... Oh... Testkammer 18. Was ist das? Nein. Ähm... Der speichert genau an der Stelle, wo wir sind. Also, müssen wir ab da. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Weil ich möchte alles an Radius haben, wenn wir einmal dabei sind. Selbstverständlich. Wir haben es jetzt einmal gefunden. Also. Wie stellt ihr euch das auch vor, mit dem Radio... da hoch zu kommen? Okay. Ich muss das mal selbst ausprobieren. Okay. Ich will sagen, wie wir das Radio noch draußen haben. Oh, du willst mich verarschen. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Der will mich verarschen, ne? Jetzt tut er mich da hinsetzen. Du bist doch ein dummes Spiel manchmal. Oh, ernsthaft. Das ist jetzt ärgerlich. Muss ich erst das Spiel neu laden. Das Problem ist... Ich darf... So könnte es aber... Gut, dass wir das Radio nicht dabei hatten. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Okay. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Radio. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ja, du wirst auch gebacken und dann gibt es Kuchen. Das mit dem Radio ist knifflig hier. Mit dem letzten. Oder vorletzten, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob es in der Aktenkammer auch eins gibt. Da werden wir ja gebacken und dann gibt es Kuchen. Also... Macht Sinn. Wie machen wir das hier? Jetzt gab es ja keine Wand. Also das heißt, wir müssen... Hier durch. Wow, wow, wow! Oh! Oh, das Radio hat es überlebt. Wo gefällt mir das doch? Wir haben uns, glaube ich, einfacher. Ja. Arthur, bleib ganz. Dankeschön. Was haben wir da oben? Ich weiß es nicht. Ich will es, glaube ich, auch nicht wissen. Okay, wir müssen da hoch. Oh mein Gott. Ähm... Okay. Ich glaube... Ich weiß Bescheid. Oh, 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 oh. Wir müssen da nach oben. Ist da auch ein Hörchen? Der Ausgang ist dann hier. Also lassen wir das Ding gleich liegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe, was wir hier tun müssen. Wir müssen erst mal die ganzen scheiß Viecher hier wegkriegen. Ja, er hat mich gesehen. Au, 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 au. Lass mich bitte in die Ecke. Da bin ich sicher. Hoffentlich. Bin ich sicher? Ja, ich bin sicher. Okay, das da hin. Und das... Ähm... Machen wir... Da hin. Radio haben wir auf jeden Fall alles sichergestellt. Das da hin. Das da hin. Oh mein Gott. Das nimmt jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch. Leute, du bist doch durch. Auch hier ist weg. Wo haben wir noch einen? Da ist noch einer. Treffen wir den? Treffen wir den? Okay, treffen wir den. Machen wir doch was zur Ordnung. Und? Ah, daneben. Was? Wie könnte ich den nicht getrefft... Äh, getrefft haben... Äh, getroffen haben. Setzen wir uns mal da hin. Und hoffen, dass er jetzt trifft. Und... Tschüss. Okay. Auch das haben wir. Wir müssen also da rüber. Boah, das heißt... Das Ding fährt nicht. Oh mein Gott. Ich seh's schon. Ich seh's schon, was wir machen müssen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, das ist knapp. Warte mal, können wir uns da oben draufstellen? Wir können uns doch da draufstellen. Bisschen... Mit bisschen Trick geht das doch, oder? Komm. Komm. Komm, das geht. Komm, das geht. Komm, das geht, hab ich gesagt. Das geht, hab ich gesagt. Okay, geht nicht. Hätt' ich ja senken. Das heißt... Das heißt... Das Teil... ...muss in die Richtung... ...und sobald wir... ...sobald es da durchliegt... ...müssen wir das Portal... ...setzen. Genau jetzt. Und, 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 und... ...ja... ...wow... ...aber du hättest noch ein bisschen auf mich warten können. In der Zeit, die Zeit nutze ich mal, um fix was zu trinken. So. Ganz ehrlich, die Plattform hätte ruhig mal ein bisschen warten können. Ähm... Ich muss mal gucken, was wir jetzt machen. Da oben kommen wir nicht hin. Oder? Ne, wir müssen, glaub ich, da runter. Und Jumping! Ich seh's schon. Oh, ja. Okay. Wir müssen... Ah, okay, okay. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's, was wir machen sollen. Dann müssen wir noch mal am besten Neu drücken. Uh! Wow! Wow. Okay. Auch das hat funktioniert. Das beim ersten Mal... ...bin ich stolz. Ups. Oh, dann einmal da zurück. Und den müssen wir jetzt, glaub ich, mit. Oh, da muss ich ja nochmal da rüber. Okay. Weil ich das Ding ja wieder aufmachen muss. Und Jumping! Ja. Ja, wunderschön. Bam. Gefällt mir. Gefällt mir, dass das so reibungslos klappt. Ähm. Stopp! Okay, Radio haben wir hier. Und damit hätten wir dieses auch... ...geschafft. Oh, was? Wie schwer ist das bitte? Das Ratio mit... Oh, nein. Wir können hier ein Portal setzen. Das heißt, wir müssen das Radio mal später mitnehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier haben wir noch ein Radio? Moment. Das ist aber ein kleiner Fehler im Spiel, oder? Dass wir hier jetzt nochmal ein Radio haben. Okay. Dann haben wir halt zwei Radios, die wir durchs Portal bringen. Äh, durch, durch, durch den Sensor, meint ich. Oh Gott. Okay, 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 okay. 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 Sehr gut. Okay. Beachten Sie, dass Sie beim Nicht-Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ja. Jetzt müssen wir halt nur die Radios noch mit hochbringen. Und dann bin ich zufrieden. Aber dann können wir einfach mal noch ein Radio finden. Wenn das mal nicht ein Fehler vom Spiel ist. Oder wir hier noch eine Extra-Warsch bekommen haben, um ein Radio zu finden. Warte mal, wir haben ein grünes und ein rotes. Ich glaube, das hier ist ein spezielles Radio. Oder? Ja, das ist ein spezielles Radio. Das ist grün. Okay, machen wir mal kaputt. Wow. Okay. Gut. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob die anderen Radios auch rot. Also viele waren rot, aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob da auch ein paar grün waren. Nehmen wir das einfach mal als spezielles Radio. Und wenn das nicht als Archive entzählt, dann wäre ich so böse. Oh, Kuchen! Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabe-Komplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Oh, shit! Hier, KUKUKUKUKU. Gibt's Kuchen? Moment. So. Geht's auch nicht, oder? Ne, so geht's auch nicht. Wie soll das jetzt funktionieren? Moment. Ich glaube... Ja, okay. Was sagt, gibt's Sinn? Dann fährt das los. Dann gibt's hier ein Radio für uns. Aber ich glaube, hier gibt's kein Radio mehr. Also hier hören Sie den Platz nix. Wichtiger Testarber hat zerstört. Gucken wir mal hier. Hier habe ich nicht hinterm Fahrstuhl geguckt. Aber hier ist auch nix. Ne, gut. Also hier in der Kammer ist nix drinne. An einem Radio. Okay, dann gucken wir mal, dass wir hier unsere Kaxe fahren. Da kommt das Teil auch schon. Wir brauchen das Teil noch nicht. Mach hin! Mach hin! Dankeschön. So. Hä? Ich höre noch kein Radio. Ich glaube, das Ding soll uns einfach noch... ...kaputt machen. Ich bin mir da nicht sicher, was das Ding hier zu suchen hat. Aber alles okay. Ich höre noch kein Radio. Ich höre noch kein Radio. Ich höre noch kein Radio. ... ... ... ... ... ... ...